Hallo, heute ist 19. Juli 2021. Jetzt mache ich Schießübungen mit dem Luftgewehr Diana Modell 20. Hier ist mein Ziel. Leeres Getränkedosen. Alles gesundheitsschädlich. Zu viel Zucker. Schlecht für die Gesundheit. Ich fange mal an. Schießkola. 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 Zu viel Geld für diese Scheiß-Kette-Rinke. Schlecht für die Zähne. Cola auf. Ganz schlecht für die Zähne. Zu viel Zucker. Energie, ich verstehe nicht, warum die Menschen so was trinken. Na, auch schlecht. Ich esse liebe Orangen. Alles waren Scheiß-Getränke. Trinken Sie nicht zu viel Zucker, macht die Zähne kaputt. Für Gesundheit trinke ich lieber Wasser. Bestens. Ich und mein Gewehr. Ich bin gefährlicher Jäger, sieht man schon. Aber ich brauche einen echten Gewehr. Nicht so ein Luftgewehr. Vielleicht kaufe ich. Man weiß nicht.